Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Staubsauger für Tierhaare Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Die Besten Staubsauger für Tierhaare Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Thomas Bait & Family. Die extrem leise Staubsauger von Thomas mit 72 dB kann durch eine exzellente Filtersystem überzeugen, die bindet Staub im Wasser oder im Staubbeutel. Darüber hinaus ermöglicht es das Vakuumsaugen sowohl nass als auch trocken. Für beide Varianten sind das Zubehörbestand aus. Ackerplus System ermöglicht Reinigung ohne eine Tasche. Die zusätzliche Reinigung der Luft, wie alle staubgebunden, ist geruchlos im Wasser. Um Tierhaare zu beseitigen, hat er eine besondere Tierhaare-Düse, die bei der Prüfung mit dem 1700 Watt-Gerät gute Ergebnisse bringen könnte. Mit einem Gewicht von 8 kg und auch eine Dimension von 48,6 x 31,8 x 30,6 cm. Es ist ein wenig unhandlich, als die meisten anderen Gartges. Aber dank der guten großen Räder kann es effektiv zu verlegen. Dank der nahezu Elfe. Die Lieferung besteht neben der Teppichdüse ebenso eine Torbodüse, einzigartige Tierhaare-Düse, speziellen Teppich- und Hartbodendüse sowie eine Polsterdüse. Vielen Dank an dieses umfangreiche Paket sowie die Möglichkeit, feucht und trocken, zeichnen den Hund und auch Familienmitglieder ist ein echter Allrunder mit hervorragenden Sorg- sowie Reinigunghäuser aufgrund der Möglichkeit der Reinigung saugen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Siemens VSZ 31455. Als eine günstige Staubsauger für Tierhaare konnte das Gartget von Siemens-Faktoren bei der Prüfung zusammen. Dank der erheblichen Zubehör wie Möbelpinsel, Polsterdüse, Fugendüse und auch Explorationdüse erwartet das Dohl viele Anwendungen. Der Hipperfilter funktionen gut sowie bietet saubere Abluft. Der Tätigkeitsbereich der 7 Kilo schwere sowie 1400 Watt solides Gerät ist knapp 10 Meter. Der Staubsauger wird mit Staubbeutel mit einem großen Volumen von 4 Litern geführt. In der Regel die Effizienz ist sehr gut und die Entfernung von Tierhaaren war seriös und auch toll. Nur die gesamte Verarbeitung des Gerätes ist ein wenig schwächer als die Konkurrenz und die Bedienung selbst ist nicht ziemlich so positiv wie die Düsen und das Gerät sind auch ein wenig verwirrend, sowie oft eng. Mit Bezug auf 77 dB ist das Volumen nach wie vor auf ein hervorragendes Niveau, um sicherzustellen, dass der VSZ 31455 insgesamt aufgrund der großen Kostenrahmen überzeugen konnte. Der preiswerte Staubsauger von Siemens bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ermutigt durch eine ausgezeichnete Absaugeffizienz, speziell in Tierhaaren. Auf Platz 3 haben wir die AEG LX72 CR Animal. Die wirklich wirtschaftlich beutellosen Staubsauger von AEG arbeitet mit 1200 Watt und hatte die Fähigkeit, ziemlich großartige Ergebnisse mit der Tobodese bei der Beseitigung von Tierhaaren zu zeigen. Außerdem gibt es eine gemeinsame als auch Polsterdese zusammen mit der konventionellen Anlage in der Sendung, dass das Gartgit gut eingerichtet ist. Er ist aber auch wirklich praktisch sowie licht mit weniger als 1 kg mit 82 dB der lautesten Hover unter den Top-Versionen. Für Teppiche stark überlagert mit Tierhaaren blockiert die Düse ziemlich schnell, so ist es ratsam, im Voraus den Teppich zu entfernen. Leider kann die Saugleistung nicht kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass helle Teppiche aufgrund der Festsorgens eine Herausforderung zu ziehen. Alles in allem überzeugt das Gartgit, sondern als ein Multitalent mit noch guter Sorg- und Betrieb auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. AEG Vampyr Modell verfügt über ein relativ gut ausgewogenes Gleichgewicht von Zähigkeit und auch Schwachstellen. Je nach ihren Anforderungen kann der Kauf vorteilhaft für sie sein. Unten ist ein Kontrast von Stärken und auch Schwächen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die AEG Power Force. Das Vakuum von AEG konnte sich im mittleren Preis AI durchsetzen, da er in der Lage, großartige Ergebnisse mit den Testern von Miniatur-Torbodese bei der Beseitigung von Tierhaaren zu erreichen war. In Kombination mit sehr guter Filter, es ist auch am besten geeignet für Allergie-Patienten sowie war einfach zu kümmern, sowie dank der Weichenrollen sowie die 360 zu verlagern. Moderne Technologie. Das Tor arbeitet mit Taschen, die müssen neu erstellt werden, mit der Menge von 3,5 Liter pro Gepäckstück ist gemeinnützig. Die Konstruktion ist äußerst gering auf 43,8 bis 29,3 bis 23,8 cm mit nur 4 kg. Das Gerät arbeitet mit nur 600 Watt sowie ist daher äußerst erschwinglich in Verwendung, mit 77 dB, allerdings ein bisschen lauter als viele der teuren Designs. Im Vergleich zu Standard-Staubsauger, bleibst AEG Power Force bequem auf Augenhöhe mit Saugleistung auch bei Geräten mit deutlich höherer Leistung, 2000 Watt und mehr, also insgesamt großartige Ergebnisse erzielt werden können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Philips FC 9929-09. Da die besten Staubsauger für Tierhaare die Fähigkeit hatte, im Test von den FC 9922 dominieren 0,9 von Philips. Zur gleichen Zeit der Sauge war auch einer der teuersten in der Prüfung. Doch das war zu Recht richtige, weil er erreicht die beste Reinigungsergebnisse sowie war in der Lage, auch hartnäckig Festhaare zuverlässig zu beseitigen. Darüber hinaus er erzielt gute Ergebnisse auf schwierigen Böden und gefangen in einem Rutsche alle Haare ohne wiederholt über einen Ort gezogen werden. Der HIPA 13 Filter bietet ebenfalls ausgezeichnete Luftreinigung und auch die eingearbeitete ESEAL stellt sicher eine große Schmutzaufnahme. Die Abgasluftallergie wird dadurch angenehmer. Die Spanne der Aktivität ist sehr wohl tätig mit rund 10 Metern. Die Inmischung mit den großen Rollenergebnissen mit einem Gewicht von 6 Kilogramm und Abmissungen von 60 bis 40 bis 35 Zentimeter ist der Staubsauger sehr tragbar als auch hilfreich. Es arbeitet mit 650 Watt und hat auch eine Funktion von 2,2 Liter. Daher kann das Vakuum leicht mehrere Reinigungsverfahren stand ohne entleert werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren. Also, lesen noch nicht当end, aber die